Sobald die Sonne untergeht, essen sie alle in der Gemeinschaft und sie würden uns da voll gerne einladen. Und da haben wir dann natürlich nicht Nein sagen können. Genau und auf dem Weg dorthin, sie haben uns halt die Adresse gegeben und auf dem Weg dorthin hält auf einmal so ein weißes Auto und auch ein Kasacher im perfekten Englisch fragt uns einfach so, ob wir schon einen Schlafplatz haben. Wir sagen halt Nein und er hat gesagt, ja passt, tauschen wir die Nummern aus und nachher am Essen sollen wir ihn anrufen, dann ladet er uns ein. Und dann haben wir halt echt gutes Essen gekriegt und es waren richtig nette Leute, die waren total offen und wir haben uns auch noch ein Bild die Stadt zeigt, bis die Sonne untergegangen ist und ich weiß noch, um 21 Uhr 20 oder 21 war dann Essen und wir haben aus Respekt davor, weil die trinken ja auch nichts untertags und wir haben diese drei Stunden davor auch nichts getrunken und ich muss sagen, ich habe echt Respekt für denen, weil mich haben die drei Stunden schon echt fertig macht und die schaffen einfach den ganzen Tag nichts zu essen und zu trinken. Ja und es war irgendwie ganz schön, das auch einmal mitzuerleben und ein Teil davon zu sein, auch wenn es nur für den einen Abend war, aber das war schon ganz schön. Und dann nach dem Essen sind wir irgendwie noch draußen mit denen gestanden und dann haben wir versucht, den Typen da zu erreichen, Talga hat er geheißen und dann hat er irgendwie am Anfang nicht abgehoben und hat sich nicht gemeldet und da haben wir so ein bisschen ein komisches Gefühl gehabt und dann irgendwann hat er sich gemeldet und hat gesagt, ja dass wir dort, dass er glaube ich herkommt zu uns und wir ihm dann hinterherfahren sollen oder so irgendwie. Und wir hatten auch noch von denen mit den Leuten, mit denen wir gegessen haben, hatten wir auch eine Übernachtungseinladung. Also hätte das nicht hingehaut, hätten wir dort schlafen können. Ja. Und dann sind wir dort hingefahren zur Adresse und dann war das so, dass sind wir erst später draufgekommen, das war so wie ein Airbnb-Apartment und der hat uns das einfach bucht und ist dann heimgefahren zu sich und wir haben da eine Wohnung gehabt, einfach für uns ganz allein und dann hat er gesagt, wir können auch zwei Tage bleiben, kein Problem. Wir haben halt zwei Tage und am nächsten Tag hat er uns zum Essen eingeladen, sind wir in ein Restaurant gegangen. Das muss man sich mal vorstellen. Wirklich, wir sind da auf der Straße unterwegs mit einem Fahrrad. Ja, mitten auf der Straße, die war stark befahren, bleibt da stehen und fragt, hey Burschen, habt ihr schon was zum Schlafen? Ja, einfach so und dann zahlt er unsere Airbnb-Wohnung. Ja. Und er hat sich herausgestellt, der hat in den USA studiert und in Ati raus sind alle ganz, ganz dick im Ölgeschäft und das merkt man auch, weil die Stadt ist ziemlich modern eigentlich und es fahren sehr, sehr teure Autos herum und generell Kasachstan lebt eigentlich nur vom Öl. Ja. Und alle Menschen in Ati raus arbeiten halt in der Ölindustrie. Ja. Ja und dann nach zwei Nächten in Ati raus sind wir dann weitergefahren und kurz nach Ati raus, ich glaube so 80, 90 Kilometer danach ist nochmal ein Dorf gekommen und ab dem Moment haben wir dann gewusst, dass dann glaube ich für 200 Kilometer oder so nichts mehr kommt. Und dort haben wir dann nochmal richtig viel einkauft und haben wirklich, glaube ich, das erste Mal alle unsere Wassersäcke ganz aufgefüllt und da hatten wir dann fast 30 Liter Wasser auf unseren Rädern. Ja. Und dann sind wir da losgefahren und das war dann schon also richtig Wüste eigentlich. Da war nichts mehr, da waren fast 200 Kilometer einfach nur Landschaft. Die Kamele sind auf der Straße immer dumm gestanden und daneben haben uns blöder angeschaut und sonst war da nichts. Aber es ist extrem gut vorangegangen und das war auch die ganze Reise unser Tagesrekord. Wir haben nämlich 152 Kilometer geschafft. Da hatten wir mal zur Ausnahme Rückenwind und das war Wahnsinn. Wir sind richtig, richtig schnell gewesen. Ja. Und deswegen war das auch kein Problem mit dem Essen und mit dem Trinken. Und dann sind wir eh schon in Pinui ankommen und das ist eine spannende Stadt, weil dort, das ist so die Drehscheibe, da treffen sich eigentlich alle europäischen Reisenden, die über die Türkei fahren und über Aserbaidschan und die vom Norden kommen. Und ab der Stadt haben wir dann auch öfters andere Radreisende getroffen. Da waren wir auch drei Tage. War ganz cool und wir haben uns echt schon auf Usbekistan gefreut, aber wir haben wieder den altbekannten Fehler gemacht, kein Geld gewechselt. Und was da vielleicht auch noch ganz spannend ist, wir haben kurz bevor wir in Pinui ankommen sind, haben wir uns mal im Internet so schlau gemacht, was über Usbekistan so drinnen steht. Weil wir haben irgendwie gehört, man muss sich registrieren in Usbekistan und das irgendwie alle 48 Stunden, glaube ich. Und dann sind wir beide total unruhig geworden, weil wir wussten, okay, wir sind mit dem Rad unterwegs, wir schlafen im Zelt und wo sollen wir uns registrieren? Und dann haben wir gemerkt, dass wir da überhaupt, wir sind total unruhig geworden und haben ein ganz schlechtes Gefühl gehabt. Und jedenfalls hat sich dann herausgestellt, dass das eh überhaupt kein Problem war. Aber da sieht man vielleicht, dass es manchmal ganz gut ist, wenn man naiv bleibt und das gar nicht durchliest. Und ich glaube auch, dass da unser Pass wieder geholfen hat. Weil eigentlich muss man sich auch beim Campen registrieren, wo du gerade bist. Und wir waren eh ein bisschen nervös bei der Ausreise, weil wenn wir in Hostels geschlafen haben, haben wir eh den Registrierungszettel gekriegt. Aber wir hatten, ich glaube, nur vier oder fünf und wir waren halt einen Monat dort. Und das fällt halt schon auf, weil ein paar Zettel zu wenig sind. Und bei der Grenze dann, bei der Ausreise war das überhaupt kein Problem. Die haben das gar nicht gescheit angeschaut und haben mit uns über Bayern München geredet. Keine Ahnung warum. Und da hat man wieder mal gemerkt, wie arg das ist, wenn man einen österreichischen Pass hat. Und auch bei der Grenze selber, bei der kasachischen Ausreise schon, da war eine riesige Schlange und da sind zwei Soldaten gekommen, die haben uns mitgenommen. Und wir sind an der Schlange vorbei. Vorbei. Alle haben gewartet und wir nicht. Und dann, wir waren total schnell durch. Und dann auf der usbekischen Seite ist es auch super schnell gegangen. Ja, da sind wir schon sehr bevorzugt worden. Absolut, ja. Was eigentlich echt arg ist. Weil, ja. Und dann in Usbekistan, wir hatten kein Geld. Und da war reine Wüste. Und wir sind mit unserem Wasser eben losgefahren und haben dann gemerkt am ersten Tag, wir haben kein Wasser mehr. Und wir müssen jetzt trampen, weil wir sonst halt verdursten. Und da war wirklich nichts. Da war wirklich rein gar nichts. Man muss sich vorstellen, da war wirklich schon Hochsommer. Also da hat es wirklich gefühlt 50 Grad gehabt. Ja. Und es war unerträglich teilweise. Es war auch so, dass wenn wir aufgestanden sind, um 7 Uhr war es schon so heiß, dass man nur noch schnell zusammenpacken und fahren wollte, weil der Winter ein bisschen kühlt. Und es war schon unerträglich heiß in der Früh. Ja. Es war nicht einmal, der Fahrtwind war nicht einmal mehr irgendwie angenehm. Es war unerträglich, ja. Und dann der zweite Lkw hat uns mitgenommen. Und da gibt es auch eine witzige Geschichte. Ja, wir sind dann eben mit dem Lkw mitgefahren, weil einfach es... Ich kann mich noch erinnern, dass uns das ziemlich gefuchst hat, vor allem dich, weil es war natürlich immer das Ziel, die ganze Distanz mit dem Rad zu absolvieren. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir einfach gewusst, okay, wir sind mitten im Nirgendwo, mitten in der Wüste. Wir haben kein Wasser mehr. Also wollen wir jetzt verdursten oder fahren wir mit dem Lkw mit? Und dann sind wir ja mit dem Lkw mitgefahren. Und das war auch im Nachhinein eine super Erfahrung, weil die Lkw-Fahrer so nett waren, die haben uns Essen gegeben, wir haben mit denen geredet, Musik gehört. Ja. 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 Ja.